hallo jungs ich bin hier heute am quo oce river das ist indianerland hinter port hardy und wenn jemand aus wasser guckt das hier führt zum ozean würde man gar nicht denken und hier sind außer dass es jetzt schon gibt die noch nie gefangen habe gibt es hier auch sommerstil hat und man darf sogar einen mitnehmen also werde ich mal gucken ob ich mal so einen fange hier sieht das wasser ganz anders aus hier hat es rötlichen boden da hinten ist noch so ein kleines wasserfallmodell ganz schön eigentlich heute ist sonntag aber einige locker arbeiten trotzdem irgendwie ich halte mal einen augenblick aus wasser robert damit du auch sehen kannst du das hier abgeht hier ist das so zwei zweieinhalb meter tief und ich werde gleich mal eine schöne pinke fliege da durchziehen zurück ich glaube ha ha ha